Hallo, willkommen zurück bei Antwiel, hier im Tempel von dem Wassergott. Und jetzt sind wir, glaube ich, noch hier runter. Moment, ich bin noch ein bisschen voll. Ja, das ist ja so viel, oder? Das kennen wir irgendwie, die wir aufschießen noch ein bisschen weiter. Das sieht sich jetzt nicht so an. So, ähm... So, ja, das war was noch. Ah, ist von den Wasserschlangen eine Dämonen, die von den Sternen kamen. Ja, genau. Das sind diese Skari, Skarch, diese Dämonen vielleicht gerne. So, ähm... Oh, oh, fuck. Das war doch schon mal... Süß, süß, süß. Ja, jetzt ist ein Glückwunsch. So, jetzt aber. Ne? Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. das fangt schon wo es sehr gut an ich mag ich bin heute in heute ziemlich gut bei nämlich gar nicht das ist furchtbar naja junge ich weiß doch hier sind so die mügefiecher naja die drüber aufs geht die mügefiecher ganz gut die ist sogar exzellent vertrauen sie mir ich weiß was ich tue sorry dass hier der Tempel emuliere aber ich weiß gucken ob es hier irgendwo medipex gibt das brauche man nicht ok ok unser nadi freund kommt nicht mit oder wie huch gott what the freak was kommt man bekannt vor da waren wir doch schon da waren wir doch schon wenn ich jetzt nur wüsste wo man es nur noch hin müssen oh so hier aus wo hier ist jetzt so drückt okay ach so das war wieder hier das ist wohl nicht ja du wirst nicht über die tür auf macht wo ist er tot ist er cool ist jetzt aufgangen sehr schön aber er wollte schon fast schießen was ist und und tut ja 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 der schwebt Das wird nur ein bisschen Oh fuck Bin gut Oh 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 Aha Mit Lissen Tübel Oh 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 Ich hab' was getan, aber eben was stimmt hier mit dem Sound nicht Oh 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 Das ist doch bestimmt wieder so ein Teil der mal dass man in der Schar will, oder? Oh Oh Das ist genau so dort, aber Ach cool, hier Die Lali haben einen Raketenwerfer mit 6 Ohren auf einem Altar aufbewahrt Der von dem Salamanderquil haben wir auch den Average Stock, der 6 Flammen genannt Ah Stimmt, ja genau Eine 6-Ball hat man hier Ja ja Oh 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 Still relativ overkill Oh 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 Super Heilpaket, ne? Das nehmen wir immer gerne und wir Eieiei, diese... Bist du böse? Bist du gut? Ich hab's gerade gesehen. Ne, das ist ein Nali, der ist... der ist okay. Naja... Irgendwo kann ich doch bestimmt diese... Fackele insetze, aber ich hab keine Ahnung wo... Gucken wir mal wo schnell... Wir können doch vor allem noch... Speichern... So, warte mal um... Steuerung... Waffe zurück ist klar... Inventar... Gerät vor, Gerät zurück... Ich glaub da war was... Warte mal, Gerät vor... T... Hier... Ach ne, warte mal, warte mal... Warte mal, das kann ich haben... Ne, das erkennen da nicht... Okay... So, da kann ich was machen... Und Enter, Gerät aus... Alles klar, das sollten wir uns hier behalten können... Oh... Ah, da oben schalten wir mal was durch... Naja, guck mal hier... Hehehe... Hehehe... Jetzt sieht man im Endeffens... Sehr schön... Was? Weil das Ding eh... Das sagen wir... Das Ding ist explodiert... Er... Er... Er lebt doch... Alles klar... Haha... Ist auch schon... Das Ding ist so... E vem zum auch von... Dein... Gratant... Demut, ist nicht her... Im рез doesn... EFF... Aus Int Play... Cuz... We can... 。。.... Vi ... Okay, die Waffe hat jetzt mal eine Möge, das ist gut. Das ist ein Wob-Könchen jetzt hier. Das nervt jetzt so ein bisschen, das ist so. Ich weiß nicht, ob das andere könnte. Das ist eine Wurz, nicht anders probieren. Aber guck mal, Dirk, das ist was Interessantes, das haben wir jetzt erst mal gucken. Das ist nicht gut. So, ich habe auch Hände gedrückt. Dann habe ich es nicht mehr, die wir uns nicht mehr annehmen. Ich bin nicht wieder erholt. Oh, komm mal hier. Der Schlimm war es noch gebraucht. Hände. Oh, okay. Ich erinnere mich überhaupt nicht mehr hier dran. Das ist doch überhaupt nicht. Oh, fuck. Ach so. Okay. Da kann man quasi dieses komplette dieses komplette Arsenal, Areal kann man hier das ist ja interessant. Ach so, genau hier. Logisch, hier ist eine Tür. Müssen wir hin. Hallo? Ach, komm mal hier. Das war der Schalter. Wow. Hier ist es auch viel. Hier ist es ja viel. Ich glaube, es sind so... Dingen sagt, guck, mir ist das Ding. und sie erst mal kurz im moment hier kommen wir kommen hoch springen das funktioniert die orientierung ist überhaupt nicht das ist viel zu kompliziert das war der raum wo man vorher ach genau ja 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 das ist mal früher an geschwommen alles klar den stock der sechs flammen kann nur ein krieg erreichen der im tümpel des donners jedes seits des obelisks der wolken gebadet hat so ist es richtig bete mich an ich glaube hier sind auch herkommen kann das jetzt das ist noch mal so 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 Um den Tümpel des Donners zu erreichen, muss man die losen Steine hinaufblittern. Mächtige Kraft kommt von denen, die sich am Tümpel des Donners vom Wasserfall überfluten lassen. Okay. Diejenigen, die das niedrige Weg finden, müssen sich dem Dämon von den Sternen schreien. Okay. Dies ist der Obelisk der Wolken. Jenseits von hier liegt der Tümpel des Donners. Da sind wir ja schon mal fast richtig, oder? Hm. So. Irgendwas mit dem Wasserfall. Er hat da den Regeln bewegt, hier ist klar. Ah, genau. Irgendwas mit dem Wasserfall überfluten lassen und die lose Steine hinaufklettern. Das muss jetzt mal orientieren. Hier ist mal herkommen. Also. Upsa. Hm. Eventuell. Äh. Äh. Soll ich mal die Waffe wechseln? Die Waffe ist zwar cool, die Anna, aber immer viel zu wenig Schüsse. Okay. Dann hier noch Angst. Sind das die losen Steine hier, oder? Ja. Oh ja. Aber die Steuerung ist damals auch schon so hakelig mit dem. Ja. Immer bis sie zu schnell ist. Soll's. Ja, skip. Na ja. Hm. so kurz kugel hier müsste man eigentlich Ich muss nicht... Nein... Okay, okay, okay... Also da müssen wir auf jeden Fall rufen. Das ist schon mal klar. Ich muss prüfen... Hmm... Oh... 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 Oh, 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 oh! Ach so, ja, 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 das war der Himmel ist mit dem Wasserfall. Die Taucherausrüstung. Ach so, okay, gut, ähm, das war dann die Waren, äh, der Demonten in Ferne kommt, wenn wir uns nicht, äh, das kann man wohl nicht. Ähm, okay, wenn wir hier mal die Taucherausrüstung, gut, kann man das dann auch irgendwie durchschalten. Ah, genau, das Kuba hier ausgewählt. Du hast kurz ausgewählt, okay, Slater, Flashlight, Flashlight, okay, Flashlight, okay. Ach cool, komm mal her, das war mal auch gar nicht mehr bewusst. Das Kuba hier ist bestimmt richtig. So, ähm, und nun? Und nun? Und nun? Neue, das ist der Tümpel des Donners. Naja, okay, gut, das haben wir schon gemacht. Der Dämon, den haben wir schon heraufgeschworen, wenn man es so will. Das ist ja auch mal was zu mäßig. Die Dämonen kamen in einen metallen Wagen von den Sternen herunter, um die Sünden der Nadi zu bestrafen. Okay, so kann man es auch sehen. So, hier waren wir mal drin. Das habe ich schon wieder vergessen, was man machen musste. Ja, dann müssen wir einfach nur hier mal hin, hier mal hergangen sind. Natürlich auch so, keine Ahnung. Ne, da hat sich irgendwie nichts geändert. Moment. So, jetzt mal gucken. Also, das ist der Obelist der Wolken. Jenseits von hier liegt der Tümpel des Donners. So war mir schon. Diejenigen, die aus niederen Beweggründen den Tümpel des Donners betreten. Ja, das wissen wir, das haben wir. Ja. Ja, das haben wir. Ach, oh gut. Ne, das war nur, dass man dorthin kommt. Okay. Aber irgendwo war doch dieser Hinweis, was man machen müssen für dieses Gerät. Ach, guck mal hier. Ach, wie kann man das aber sehen? Nimm den Stock der Flammen und gib dich zu den inneren Zeremoniekammern. Dort wirst du den Weg an den Ortsrücken, wo du hergekommen bist. Und den metallenen Wagen, der vom Sternenhimmel fiel. Hey cool. War das Ding vorher schon da, oder? Ach, cool. Guck mal an. Das ist jetzt eher so. Das ist jetzt eher so. Guck mal, ist das so gut? Guck mal an, ist das so gut? Guck mal an. Guck mal an. Guck mal an. Guck mal an. Ein wunderbar, ich würde aber sagen, das ist ein neues Level. Mal gucken, dass der Level irgendwie schnell beendet ist. Boah, ich hätte schon fast wieder geschossen. Ein großer, was liegt an? Äh, oh, 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 oh. Okay. Ah, ja, stimmt. Stimmt, stimmt, wir sind immer wieder hier. Unglaublich. Machen wir kurz was anderes. Haha, die Zeremonienkammern sind wir jetzt sehr schön. Ähm, da bin ich immer fast so an. Wir machen hier kleiner Cut, beim nächsten Mal geht es dann hier weiter. Gucken wir mal, ob wir da eine Boomstick hier insetzen können. Wie ist das ein nette Teil? Haben wir leider wenig Munition, aber... Naja. Gucken wir mal, in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal dann. Bye, bye. Bye, bye. Vielen Dank.